Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Rund um unseren neuen Trainer gibt es aktuell viele Gerüchte, aber nochmal mehr Spekulationen, weil einfach von Schalke selber nahezu gar nichts durchdringt. Aber Sky bringt nun mal weitere Infos ans Licht und zwar wird es wohl vor der kommenden Woche noch keinen neuen Trainer geben. Es gäbe zwar wohl einen Favoriten, aber die finale Entscheidung steht weiterhin aus und Dirk-Rose Schlamann, Sky Reporter, hat das auch nochmal weiter vertieft. Denn es sei wohl schon relativ klar, dass ein Ex-Coach wie zum Beispiel Jens Keller, Markus Weinziel oder andere Breitenreiter wir von unserer Liste streichen können. Die werden nicht zu Schalke kommen. Dirk-Rose Schlamann denkt, dass es noch ungefähr sieben bis zehn Tage dauern könnte, bis alles fix ist. Was daran entstimmt und was daran nicht stimmt, sei jetzt jedem selber belastet, was man da bewertet und was man nicht bewertet. Aber ungefähr der Rahmen kann ja durchaus passen, weil wenn man einen neuen Trainer hätte, könnte man ihn schon bekannt geben. Vielleicht liegt es auch daran, dass er in anderen Ligern noch arbeitet, denn einige Ligen laufen noch bis in die nächste Woche hinein und man erst dann auch alles festmachen wird. Aber zumindest werden Trainer wie Keller, Weinziel, Breitenreiter wohl keine Kandidaten sein, wenn man eben Sky Glauben schenkt. Und somit kommen diese Trainer schon mal nicht zum S04. Aber es gibt wohl einen Favoriten. Wer das ist, keine Ahnung. Es gibt weiterhin null Anzeichen, was auch wiederum stark ist und Respekt zollt für die Arbeit von Schröder und Co. Weil genau das wollen wir Fernseher an sich haben. Und somit heißt es, abwarten und Tee trinken, spekulieren. Kann jeder, wie er will. Aber am Ende wird ein Neutriner da sein, wenn Schröder es verkündet. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Annaly Schalker